So, hier haben wir einen Bereich, Schule 30. Dieser Bereich hier im Wirt ist ziemlich groß, weil wir hier zwei Schulen haben und eine Turnhalle. Die Frage ist natürlich immer, wann ist der Schule 30 Bereich zu Ende? Und da muss man eben halt darauf achten, wann man das Schule 30 Schild im Gegenverkehr sieht, also auf der Seite vom Gegenverkehr. Das Schild ist unten drunter, das Schule 30 Schild ist ein viereckiges Schild. Und oben drüber ist ein Schild Achtung Kinder. Das heißt also, ich habe ein dreieckiges Schild oben und ein viereckiges Schild unten drunter. Sieht also aus wie ein Häuschen. Wenn ich die graue Rückseite von diesen beiden Schildern, also so ein graues Häuschen, auf der Gegenfarbe ansehen kann und das erreicht habe, dann ist 30 zu Ende. Ja, und hier auf der linken Seite kann man das graue Häuschen erkennen. Und jetzt sind wir auf der Höhe davon. Jetzt können wir wieder schneller fahren. Dann haben wir hier, weil gleich auf der linken Seite ein Kindergarten ist, kommen wir hier direkt in den nächsten Bereich rein, Schule 30. Also auch hier wieder, Tempo runter, zweiter Gang. Und auch hier beobachten wir dann wieder, wann wir das graue Häuschen auf der linken Seite sehen. Und das erkennen wir hier auf der linken Seite, jetzt hier neben uns. Und das heißt, jetzt ist 30 zu Ende. Direkt im Anschluss, Abknickung und Vorfahrt, Spiegel, Blinker und Schulterblick. Und wa tun wir aufgabe und Schiffe nicht. Gerade hier. Es geht um dieses Mal in 2019 einmal in diese Zeit.